Du hast es eben schon angesprochen, Ausbildung ist wichtig. Du hast das ja auch schon während deiner Fondsmanager-Zeit gemacht, dass du beim VTRD-Vorträge bei den Börsenvereinen, ich glaube an der Uni, Bankakademie hast du auch Vorträge gemacht. Fand ich immer sehr klasse, aber das kommt halt nicht so häufig vor, dass das auch Fondsmanager nebenbei machen. Und du hast selber mal eine Ausbildung bei Van Tarp gemacht, der das tolle Buch Clevertraining mit System geschrieben hat. Das war eines meiner Lieblingsbücher. Als ich das gelesen habe, wusste ich, wie ich den Captamizer zu bauen hatte. Also ich hatte vorher schon so eine Grundidee, aber so wie er das in der ersten Variante des Buches geschrieben hat, also das Clevertraining mit System 2.0 fand ich dann nicht mehr so schön, aber das erste Buch fand ich deutlich besser als die überarbeitete Version. Kannst du uns so ein bisschen von seinem Ausbildungsprogramm erklären oder erzählen? Ja, also generell das Thema Ausbildung ist mir extrem wichtig. Ich bin seit 1998 bei Börsenvereinen, habe da immer schon Vorträge gehalten, also schon lange vor meiner Zeit. Bei Union Investment habe mir das immer auch dann weiter bewahrt, habe 2017 auch von der Union den P-Award gewonnen für die Extrameile, weil ich so viel in diesem Bereich mache. Aber es ist natürlich auch ein kritisches Thema mit Compliance, Risiko und und und. Und das ist vielleicht auch so eine Geschichte. Man sagt natürlich als Asset Manager immer, ja, wir wollen finanzielle Bildung, aber natürlich heißt das eigentlich, wir wollen, dass die Leute Fonds kaufen. Und wer sich sehr gut finanziell auskennt, der wird nie einen Fonds kaufen. Ich habe selber auch nie einen Fonds besessen. Es ist für okay, wenn du als Alternative einen Sparbrief quasi hast, dann ist ein Fondsprodukt okay. Aber wenn du dich gut auskennst, brauchst du nicht die anderthalb Prozent Kosten. Ich habe sehr viel gemacht in dem Bereich. Wie gesagt, ich bille ja selber an Universitäten, an Akademien mittlerweile aus. Und habe da sehr viel von anderen profitiert, habe mich auch lange bei Coaches umgeguckt. Im deutschen Markt bin ich nicht so fündig geworden, weil ich gerade in dieser Psychologie-Richtung sehr viel machen wollte. Und da gibt es in Deutschland leider auch nicht so viele. Roland Ulrich, der Neurophonics-Experte, der auch lange in der Branche gearbeitet hat als TFE. Das ist jemand, der ganz gut in dem Bereich ist, mit dem ich demnächst auch ein Seminar zusammen machen werde. Und da bin ich eben auf TARP gekommen, auf Dienburger. Und ich habe alles gelesen vom TARP. Also wirklich alles, was da war. Und habe das für sehr gut erachtet. TARP hat keine Handelsstrategien, sondern TARP hat halt die Frage, wie komme ich in diesen emotionalen Themen klar. Und es gibt ein sehr schönes Zitat von ihm. The key to peak performance. Also so grob, wenn du tolle Performance machen willst, brauchst du zwei Dinge. Du brauchst eben gute Handelsstrategien und du musst in der Lage sein, sie emotional umzusetzen. Und er kümmert sich um diese Umsetzung sehr stark. Und da habe ich eben alles von ihm gelesen gehabt und habe dann angefangen, bei ihm diese Kurse zu machen. Er hat ja diese Peak-Performance-Kurse, die gibt es immer noch. Die kommen irgendwie aus den 90ern relativ einig. Da gab es ja diesen 101, dann gab es den 2-2-2, die habe ich beide gemacht. Und dann gab es ja dieses Super-Trader-Programm. Und das habe ich alles durchlaufen. Hat mich sehr weitergebracht. Also wirklich sehr stark, was er da unterrichtet. Das geht sehr stark in das Thema NLP rein, Neurologistische Programmierung. Habe ja letztes Jahr da auch in dem Bereich eine Ausbildung gemacht. Und das ist im Wesentlichen die Frage, da ist was, was du weißt, aber du kannst es nicht umsetzen. Stichwort Handelsstrategie. Wie schaffst du es jetzt, dass du es umsetzen kannst? Und dann diese Klassiker, ja, ich muss nur diszipliniert sein, funktioniert halt nicht. Menschen lernen anders. Sie lernen über Schmerz und Freude. Sie lernen über kognitive Verbindungen. Sie lernen eben über Reizreaktionsmuster. Und das sind so die ganzen Dinge, die er ausbildet und die gerade für den diskretionären Handel und für das Trading unglaublich wichtig sind. Und da geht es eben um Emotionskontrolle. Da geht es eben um in sich reinhören, um Achtsamkeit, um Disziplin, um all diese Dinge. Und das hat er halt wirklich 30, 40, 50 Jahre absolut perfektioniert. Ist ja auch sehr stark dann in die spirituelle Ebene übergegangen. Hat er dieses Trading Behind the Matrix auch geschrieben, wo er halt Trading und die Welt sehr stark mit diesem Film Matrix vergleicht. Und da kann man aber viele Ideen rausnehmen. Es ist am Anfang so ein bisschen abgefahren. Aber umso mehr man sich reindenkt, umso mehr merkt man eben, und das sagt Steenburger ja auch sehr stark, du tradest nicht die Märkte, sondern du tradest halt deine Erwartungen, deine Beliefs über die Märkte. Und so ist es sehr stark. Und wenn du wegkommst von der Markt hat mir einen Verlust beschert, wenn du hinkommst, ich bin der Trader, der für meine Performance verantwortlich ist, kannst du eben sehr viel in deinem Trading verbessern. Und Steenburger sagt zum Beispiel auch, ja, analysier doch nicht die Märkte 100% der Zeit, sondern analysier dich doch mal mehr. Und wenn du auf 50-50 vom Niveau bist, kommst du da auf sehr, sehr gute Ergebnisse. Und dieses ganze Thema Psychologie, das ist auch so ein Teil meines Plans für die nächsten Jahre, was das Thema Ausbildung angeht, wo ich noch viel mehr machen möchte. Weil da habe ich für mich auch die größten Schritte gemacht, wo ich eben da hingegangen bin und gerade meinen Trader dann ausbilden konnte. Wenn ich jetzt diese ganzen tollen Strategien habe, wie halte ich das dann aus, wenn es fünfmal hintereinander nicht funktioniert. Wie kann ich denn da das Beste rausbekommen? Wie kann ich meine Emulsion, meine Intuition ausbauen, um da mehr zu machen? Und da habe ich eben sehr viel von Steenburger und TARP gelernt. Du hast ja auch mit dem ATM-Modell einen eigenen Ansatz entwickelt, ich glaube schon während deiner Zeit als Fondsmanager. Kannst du uns da ein bisschen mehr drüber erzählen? Genau, das kam eben auch in der Zeit, wo ich diese Kurse gemacht hatte beim TARP. Das ist so ein bisschen dieses Parts-Modell. Das kommt von der Visinia Chatschi. Ich kann den Namen noch nicht so schön aussprechen. Aber das ist in der Psychologie sehr, sehr verbreitet. Oder das Hütemodell. Das kennt man auch so ein bisschen. Sprich, du hast verschiedene Rollen als Mensch. Also als Vater bist du eine andere Person als Geschäftsführer. Mit deiner Frau verkehrst du anders als mit Kunden. Das ist ganz normal. Jeder von uns hat eine Persönlichkeit und die verändert sich halt in bestimmten Formen. Und die Grundidee war zu sagen, diesen Training-Prozess, der ja auf der einen Seite sehr analytisch, sehr objektiv ist, in dieser Analyse, also das A ist die Analyse, zu trennen von dem T, diesem Trader. Weil diese beiden Dinge, ob ich jetzt eine Handelsstrategie entwickle, ob wir jetzt stundenlang vor dem Captamizer sitzen, für die nächste gute Idee und den Trade tatsächlich umzusetzen, das sind Welten. Und umso mehr du im Trading bist, umso mehr weißt du, wie stark dieser emotionale Unterschied ist. Und das war eigentlich für mich auch so der Zeitpunkt, wo die Performance richtig gut wurde, wo ich unterscheiden konnte zwischen Analyse und Trading. Und viele können das nicht. Viele stehen im Morning-Meeting und sagen, ich bin long Euro-Dollar-Weil. Da kommen 20 gute Gründe. Dann gehst du an den Platz und Mario Draghi hat gerade gesagt, dass all deine 20 Gründe keine Rolle spielen, sondern dass jetzt eine neue geldpolitische Richtung kommt. Und dann wird der Euro-Dollar nicht das machen, was du gesagt hast, mit diesen 20 guten Gründen, die du gerade hattest, sondern dann musst du deinen Trainer umschalten können und sagen können, hey stopp, das war die alte Welt, das, was sie gerade vor 30 Leuten, Stichwort Konsistenz, Überkonfidenz, Oberkonfidenz und und und. Also diese ganzen Themen, ich kann mich ja nicht widersprechen, das geht ja eigentlich gar nicht, gerade wenn ich in so einer gut bezahlten Position bin. Und das muss der Trader können. Also ich muss dir sagen, heute hü, morgen hot. Das will keiner von uns, weil wir alle sind um Konsistenz bemüht. Im Traden musst du das können und das lernt eben der Analyst und der Trader, dass diese beiden Parts getrennt sind. Und dadurch kannst du unglaublich gute Erfolge auch erzielen. Und der Manager, der ist dann eben derjenige, der das Mindset schafft und der eben auch der Controller vom Geschäft ist, der eben ein Trading Journal führt, der eben all diese Dinge dann kombiniert. Und diese Trennung zwischen Analyse, Trading und Management hat mir im Trading sehr gut geholfen. Das bilde ich eben doch aus. Und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht, weil du Konflikte sehr gut vermeiden kannst. Und das ist ja generell, was erzeugt Stress in uns. Das sind immer innere Konflikte. Erwartungshaltungen decken sich nicht mit dem, was passiert. Und in so einem Modell kannst du es sehr gut bearbeiten, weil du sehr klar diese Schubladen aufmachen kannst und dadurch eben deinen Prozess auch schärfen kannst. Du bietest ja auch ein Ausbildungsprogramm an. Wie läuft das da genau ab? Wie funktioniert das sozusagen? Das würde mich mal interessieren. Genau. Also ich bin ja seit sechs Jahren an der Universität und an der Akademie, habe da immer Vorträge gehalten, sehr theoretischer Natur. An der ISM zum Beispiel bilde ich ja auch einen Master aus. Da kostet das Semester 6.500 Euro. Und die Studenten lernen eben diese klassischen Portfolio-Management-Themen, die zwar nett sind, aber auch schon 70 Jahre alt. Und meine Idee war, und da bin ich damals durch Zufall draufgekommen, der Gregor Bauer hatte mich angesprochen, ob ich nicht für den Uwe Wagner in dem Ausbildungsprogramm, was er damals hatte, was machen möchte. Dann habe ich gesagt, ja, finde ich spannend, warum nicht? Ich habe immer gerne unterrichtet und ich finde das spannend, meine Ideen und mein Wissen weiterzugeben. Hätte mir das vor 30 Jahren auch, vor 20 Jahren quasi auch gewünscht, dass ich das so von anderen bekäme. Und die Idee war optimal, die Leute im Bereich Trading, Investment und Portfolio-Management auszubilden, mit einer sehr klaren Struktur. Und was ich halt mache, ich verbinde sehr viel von dem theoretischen Wissen, was jeder Investmentprofi hat. Also jeder Fondsmanager, jeder Treasurer von der Bank, aber auch jeder Bankberater weiß, was ein Cap-M ist, weiß, was Markowitz ist, weiß, was eine strategische Asset-Allocation ist, weiß, wie ein Konjunkturzyklus funktioniert, kennt sich eben in solchen Themen aus, die Märkte langfristig strategisch beeinflussen. Das bilde ich auf der theoretischen Seite aus. Aber ich verbinde das direkt eben mit 20 profitablen Handelsstrategien, wo ich aber auch sehr stark im ATM-Modell immer wieder auf die Analysen eingehe, aber auch sehr stark zum Thema Trading unterrichte. Also wir haben beim letzten Mal zum Beispiel den Trader-Test ausgewertet. Ein Test, der auf meiner Seite ist, wo über 1200 Leute schon 25 Fragen beantwortet haben. Und alle sagen eben, das Wichtigste für Börsenerfolg ist Ausbildung. Und das möchte ich genau anbieten, zum sehr fairen Preis. Mittlerweile haben über 180 Leute diese Ausbildung schon gemacht. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Über 94 Bewertungen bei Broker Deal, alle sehr positiv. Und das ist einfach meine Idee, mein Wissen weiterzugeben. Ich bin finanziell frei, schon seit einigen Jahren. Ich kann dir ja die Konten alle zeigen. Im Vortrag mache ich das ja auch. Gruß an die Leute, die nachher hier in Hannover sind. Und ich möchte das weitergeben, weil ich wünsche mir eben, dass Deutschland sich finanziell bildet. Ich will da auch, wie du vorhin gesagt hast, gar nicht so stark im Trading-Bereich sein, sondern ich will auch viel mehr noch in den Investment-Bereich gehen. Und das tue ich eben über die Ausbildung auch. Es ist nicht nur für Trader gedacht, sondern es soll auch Impulse setzen. Es soll auch zeigen, wie man Dinge anders machen kann, um eben einfach zu zeigen, hey, es ist nicht so schwer, 10, 15, 20 Prozent zu machen. Du musst keinen Fonds kaufen, sondern wenn du mal eine Stunde mit den richtigen Themen zuhörst, wenn du das auch emotionalisierst und umsetzt, kannst du auf die nächsten 10 Jahre 99 Prozent der Fondsmanager schlagen. Du brauchst keinen Sparbuch, sondern du kannst Kapitalmärkte gut für dich nutzen. Und wenn du es einmal wirklich verstanden hast, was Mühe ist, was Sigma ist, was eine Korrelation ist. Wenn wir zusammen sowas mal gerechnet haben, und die Diskussion hatten wir auch, arithmetische, geometrische Rendite. Das ist alles kein Hexenwerk. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du das für dich nutzen. Und ich merke halt, wie die Leute das in der Ausbildung aufnehmen. Ich bitte auch jedem an, die Ausbildung immer wieder kostenlos zu wiederholen. Dann merke ich eben, hey, das schafft einen Mehrwert. Und wenn mir Leute dann schreiben, hey, ich habe meinen Fonds jetzt nicht mehr, sondern ich habe im letzten Jahr 15 Prozent Rendite gemacht, weil ich genau deine Strategien umgesetzt habe. Und der Fonds hat irgendwie drei Prozent verloren. Dann sage ich mir, hey, ich habe einen gesellschaftlichen Mehrwert. Und das ist das, worum es mir geht. Mehrwert zu stiften, den Leuten auch zu helfen, den nächsten Schritt zu machen und mich da auch selber zu entwickeln. Ich habe jetzt rausgenommen, dass diese Online-Ausbildung sehr gut ist, ein gutes Fundament schafft. Aber der nächste Schritt ist dann auch noch mehr in dieses Thema Erleben reinzugehen. Und da möchte ich eben auch dann noch mehr machen. Deswegen mache ich eben auch so gerne Vorträge, weil du natürlich, wenn du mich erlebst, die Dinge anders aufnimmst, vielleicht auch eher umsetzt, als wenn du ein Webinar bei mir hörst. Und diese Kombination zwischen beiden Dingen ist mir da sehr wichtig. Und deswegen baue ich auch eine Community auf. Wir treffen uns dann regelmäßig völlig kostenlos für die Leute, die in diesem Programm sind, um eben Börse erlebbar zu machen, um eben gemeinsam gute Ergebnisse zu erzielen und mit der Börse an der Börse zu wachsen. Ja, klingt auf jeden Fall mega spannend. Und den Test auf deiner Webseite werde ich auch noch mal machen. Bin ich auch gespannt, ja. Und deine Performance ist. Mal schauen, was dabei rauskommt. Zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen. Und zwar hast du noch einen Buchtipp, einmal für einen Anleger und einmal für einen Trader. Was wäre da jeweils ein Buch für den? Also auf meiner Webseite gibt es www.anregen-stacke, einen Unterpunkt Literatur. Da stehen meine zehn Lieblingsbücher zu dem Thema. Was ich als Anfänger, unbedingt lesen würde, ist Market Results von Jack die Schwager. Weil das diese Emotionalität schafft, diese Geschichten schafft, wie schnell, wie gut man an der Börse Geld verdienen kann. Die finde ich sehr, sehr spannend. Die Sachen vom Tab würde ich unbedingt auch lesen. Das sind sehr, sehr gute Bücher. Der Steenburger hat extrem gute Bücher geschrieben. Und ich finde es gerade am Anfang vielleicht auch wichtig, erstmal diese Idee zu schaffen, wie leicht es ist, mit Geld Geld zu verdienen. Und dieses Mindset, was wir in Deutschland sehr stark haben, mit Sicherheit, so ein bisschen aufzusprengen. Trading, wie gesagt, sehr viel diese Psychologie-Themen. Investment finde ich schwieriger. Da würde ich aber auch eher so eine Art Motivationsbuch lesen. Und da guckt man eigentlich sehr schnell, in welche Richtung man kommt. Und da kann man dann eben sehr schnell auch für sich sehen, hey, ich bin mehr der Dividenden-Investor oder ich bin jetzt ein ETF-Investor. Oder ich möchte nur Commodities machen und kann dann so ein Buch für sich dann eben festlegen. Ja, das war doch ein super spannendes Interview mit dir. Ich danke dir für die offenen und fundierten Antworten. Und ja, ich freue mich heute auf deinen Vortrag bei der VTRD. Und ja, vielen Dank. Danke, Oliver.